Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Sims 4. Ja, wir haben das letzte Mal... Wir waren dabei stehen geblieben, dass wir ins Bett gehen wollten das letzte Mal, aber ja. Ich wollte gerade sagen, hau mal ab Mädchen. Los. Hallo. Hallo. Was blitzt denn da? Weiß auch keiner. Okay, auf jeden Fall sind wir hier stehen geblieben, nämlich beim Schlafen. So, wir haben nur 135 Dollar oder was auch immer das ist. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zur Toilette, richtig. Warte, es ist 3 Uhr. Wieso ist sie wach? Immer diese Leute. So, jetzt muss ich erstmal wieder hier reinkommen. Hier, Hausaufgaben. Dann kannst du nachts erstmal deine Hausaufgaben machen, Fräulein. 10 Getränke mixen. Okay. Warte, wie kommt man hier nochmal zurück? Äh, so. So, Fräulein. Dann machen sie erstmal ihre Hausaufgaben. Jetzt können wir ja wieder etwas vorspulen. Äh, etwas mehr vorspulen. Lalalalalala. Lalalala. Okay, ich muss gleich bei der Arbeit sein. Schauen wir das vorher noch? Come on. So, auf zur Arbeit. Zack. Weiter geht's. 56 Dollar haben wir verdient. Sehr gut. So, dann kommen wir wieder zurück, Fräulein. Und wir gucken jetzt erstmal was. Ah. Wie wär's mit Eier und Toast? Einzelportion. Außerdem hat sie tolle Arbeit geleistet. Das freut mich natürlich sehr. Ich muss jetzt gleich erstmal schauen. Wie man... Ähm... Das war ja Oberschülerin. Hm. Wow, ich hab ja einen spannenden Stammbaum. Level-Aufstieg. Wuhu. Langsam haben wir es drauf mit dem Kochen. Wenn es auch langsam vorangeht. Oh, wow. Hier gibt's sogar eine SIM-Statistik. Das macht einem ja irgendwie Angst. So. Dann iss mal, Kind. Du hast es dir verdient. Wie kann man nur so langsam essen, Leute. Wer mich kennt, der weiß. Drei Minuten Essen ist weg. Was macht sie? Wenn ihr mal unten hier bei meiner Maus schaut. Zu viel Zeit, würde ich mal blöd behaupten. So. Dann. Geh in die Schule, Kind. Geh in die Schule. Sehr gut. Hier geht's okay. Wo ist ihr denn jetzt? Da. Wie wäre es, wenn du jetzt mal ganz bescheuert duschen gehst? Nein. Wir gehen jetzt erstmal duschen. Dusche, dusche, dusche. Lauf, Kind. Lauf. Du stinkst bestimmt schon. Zack. Sehr gut. Eine Gruppenmahlzeit zubereiten. Wow. Also kochen beruhigt mich ja auch immer. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht. Jetzt muss sie ja auch noch auf Klo. Also ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht. Aber wer geht bei euch auf Klo, während er duscht? Also. Ich weiß ja nicht. Aber anscheinend macht sie es nicht. Flucht sie gerade in der Dusche. Das ist aber auch ein Sport für sich. Also ich will ja nichts sagen, aber diese Person braucht ganz schön lange für irgendwas. So, sie ist angespannt. Vielleicht sollten wir mal... Plaudern mit. Wie wäre es denn mit ihr? Plaudern doch mal mit ihrem Handy. Der Spaß geht runter. Vielleicht sollten wir das doch wieder lassen. Wieso ist sie denn so angespannt? Kann man hier nichts machen? Oder so? Ich schaue gerade, was es hier denn so gibt. Wer wohnt denn hier? Oh, hier ist ein Park. Können wir da nicht hingehen? Ne, ein Teenager. Komm, geh mal... Geh mal zu ihr. Komm. Oh, wir haben sogar eine Straßenbahn. Ist das süß. Na komm. Lauf zu ihr. Schnell. Schnell. Sie ist gleich weg. Lalalalala. Lalalalala. Kann man nur so lahm sein. Wir sind gleich da. Aha. Kokett. Wir kennen jemanden neuen. Tratschen. Hallo. Hier, was ist denn mit dir? Hä? Hallo. Stopp, Lady. Stopp. Ach, egal. Was ist denn da? Toilette? Können wir das hier nicht benutzen? Oh, wir können grillen. Was ganz schön teuer ist. Sitzen. Beruhigt dich das? Gutes Gefühl, weil geduscht hat. Fröhliches Dekor. Oh mein Gott. Ich glaube, sie ist hier joggen gehen. Come on. Joggen. Mach dich das happy. Jetzt bin ich gespannt. Mach dich joggen happy. Wo joggt sie jetzt überhaupt hin? Oder joggt sie jetzt nach Hause? Das würde ich jetzt gerne mal herausfinden. Vielleicht, vielleicht joggt sie ja auch einfach nach Hause. Warte, wie folgt man ihr nochmal? So. Hat die Fitnessfähigkeit erworben. Wow. Ach, jetzt joggt sie wirklich. Ist ja geil. Oh. Kann man ihr nicht folgen oder so? Boah, geil. Sie geht jetzt joggen. Okay, wir achten mal jetzt nicht gerade, wo sie ist. Wo ist sie überhaupt? Sie joggt jetzt ernsthaft hier rüber die ganze Zeit? Ist das ihr ernst? Oh. Ist ja geil. Jetzt ist sie glücklich. Aha. Jetzt, jetzt. Guckt sie mal einer an hier. So, wir müssen jetzt aber trotzdem eher in der Hausaufgaben machen, Leute. Weil, das muss auch gemacht werden, ne? Hausaufgaben machen. Was kann man denn mit dir machen? Wir können die in Welt platzieren. Aha. Wow. So. Dann machen wir deine Hausaufgaben, Troller. Denn das hilft auch immer. Ach, lol. Ah, okay. Man kann hier Bilder und so machen. Muss sich auch erst mal daran gewöhnen. La, la, la. So. Mach mal deine Hausaufgaben schneller, Fräulein. Hunger hat sie auch ganz schön. Oh, ihr ist unwohl. Was hat sie denn? Keine Energie. Hm. Dann würde ich doch mal sagen, sie räumt erst mal das weg. Danach. Und danach. Eine schnelle Mahlzeit. Aber erst mal muss sie das hier fertig kriegen, ne? Mädel. Immer diese unzufriedenen Menschen hier auf der Welt. Hm, hm, hm. Ja doch, das musst du lesen. Das musst du leider lesen. Ne? So, Leute. Wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.